Hallo? Ich habe irgendwie gar keinen Bock jetzt mehr. Das ist jetzt... Das? Äh, nix. Da geht's auch lang. Hilfe! Also ich habe am ganzen Körper Gänsehaut gerade, nur um es mal gesagt zu haben. Also die Atmo, die macht mich... Ups. Die Atmo macht mich gerade schon fertig. So ein bisschen. Ja, erschwerend kommt hinzu, dass ich den Hund wahrscheinlich mehr oder weniger indirekt getötet habe. Wahrscheinlich direkt. Jetzt hier die Wahl habe zwischen verschiedensten Räumen, die ich betreten kann. Und mir absolut nicht sicher bin, was in welchem Raum getriggert wird. Beziehungsweise ob überhaupt irgendwas getriggert wird. Ob es hier irgendwie noch eine gute Entscheidung gibt oder nur noch schlechte. Ich habe das Gefühl, im ganzen Spiel nur schlechte getroffen zu haben. Wird einem ja auch vorher nicht gesagt. Was ist das? Ein Schlüssel? Na, lass doch mal den Kellerschlüssel sein. Sie haben auf dem Videoband gesehen, auf jeden Fall, er hat den Jungen in den Keller gebracht. Ich nehme an, wir finden den Jungen im Keller mit dem Gesicht zur Wand. Nichtsdestotrotz möchte ich hier vorher so ein kleines bisschen mich noch umgucken. Auch wenn das jetzt sehr makaber wirkt. Ja, dem Jungen geht es wahrscheinlich offensichtlich nicht gut. Er lebt wahrscheinlich auch nicht mehr. Er hat ja auch vorher gesagt, nachdem ich nicht unter den Baum gekrochen bin, der Junge wird das jetzt büßen. Äh, ja, da komme ich ja her. Jetzt geht es im Prinzip bloß noch darum, da war ich oben. Da war ich jetzt glaube ich gerade auch drin. Ich weiß nicht mehr, ob ich da drin war. Aber ich glaube ja, ne? Ne, oder? Ich kann mich an den Kamin nicht erinnern. Ich merke mir jetzt auch nicht jede Ecke hier im ganzen Haus, aber... Der Schlüssel! Da geht es vermutlich in den Keller und da sind auch wieder Spuren. Oh, scheiße. Wenn ich hier drauf gehe, falle ich runter. Doch nicht, okay. Das sieht aber so aus. Ach ja, gut, das ist ja eh... Wo soll ich denn da hinfallen? Oh, lauter Fingerabdrücke. Die sind aber auf der Videokamera nicht drauf. Ich lasse das Video hier mal weiterlaufen. Das ist der Keller. Oder? Oh. Yo. Ist halt auch die Optik so geil hier, ne? Ist irgendwie alles ganz, ganz... Oh, gut. Gut, wenn man sich mal umschaut. Letzte Sitzung mit dem Patienten. Er ist endlich gewillt, Burkittsville zu verlassen. Oder um es mit seinen eigenen Worten auszudrücken, er fühlt sich dazu in der Lage, sich weiter zu entwickeln. Okay, haben wir ja jetzt gemacht, schätze ich. Das freut mich. Der Grund dafür allerdings nicht. Er wird sich für den Militärdienst melden. Ich mache mir Sorgen um den Effekt, den dieses Umfeld auf seine sensible Psyche haben könnte. Der Stress und die Traumata, die der Wehrdienst auslösen könnte, sind möglicherweise dazu in der Lage, sein Kindheitstrauma hinsichtlich des Waldes zu ersetzen. Doch der Wald wird ihn niemals verlassen, egal wohin er geht. Dies wird in seinem Verstand verankert sein, als die prägende Erfahrung, die ihn zudem gemacht hat, der er heute ist. Oh. Hat er sich jetzt eigentlich aus der Kamera und der Taschenlampe eine Kamerataschenlampe oder Taschenlampenkamera gebaut? Das ist ja fast wie MacGyver. So ein bisschen. Jetzt noch eine Kugelschreibermine dazu und das Ding explodiert. Egal. Okay. Gehen wir endlich in den Keller, oder? Das bringt ja nichts. Ne? Hier ist im Prinzip nur alles im Kreis laufen, so wie ich das gesehen habe. Ja, okay, also. Ab in den Keller. Ja. Es wird bestimmt alles gut. Nein. Es wird gar nichts gut. Ich gehe wieder hoch. Ist ja nicht normal hier. Hier ist jetzt bestimmt auch zu. Ja. Es ist auch unwiderruflich zu. Natürlich. Ach, diese Psychospiele. Es geht wieder... Es geht wieder die gleiche Tür auf. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich gesagt, ist jemand da? Niemand? Boah. Alles klar. Es ist alles wunderschön. Vielleicht noch jemand anrufen kurz vorher? Was habe ich denn eigentlich so für Nachrichten? Schau nach oben. Habe ich gemacht. Hat nichts gebracht. Schau nach oben. Sprachnachricht. Sie haben eine neue Sprachnachricht. Kann ich nicht abhören. Jess. Melde dich, wenn du kannst. Bis dann. Ja, ich fürchte... Der Preis. Ja. Wird nun auch nichts mehr werden, ne? Muss ich wahrscheinlich dieses Kapitel wiederholen? Vielleicht wiederhole ich auch irgendwann mal aus Spaß das ganze Spiel. Und treffe ordentliche Entscheidungen. Und die lassen vielleicht meinen Hund überleben und das Kind. So. Ich bewege mich bewusst sehr langsam. Denn ich habe hier was gehört. Gerade eben. Ich vermute, dass gleich da durch die Scheibe was kommt. Oder zumindest mal gegen die Scheibe. Ich kann da auch einfach mal nicht hingucken. Aber wenn ich nicht hingucke, seht ihr es nicht. Deswegen gucke ich trotzdem hin. Zack. Gleich knallt's. Hundert pro. Hallo? Boah. Das war anders. Das Licht hat mich einfach angreif. Ja gut. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Na? Noch jemand hier? Ne? Okay. Ist ja nicht so, dass ich es nicht gewusst hätte, ne? Wird aber wahrscheinlich auch noch mehrere Male passieren. So. Äh. Ah ja. Andere Tür. Mach mal zu. Wenn das geht. Ja. Jetzt ist die Haustür zugemauert. Jetzt ist die linke Tür zugemauert. Durch die wir gerade eben nochmal gegangen sind. Das war mal eine wunderschöne Whiskybar, schätze ich. Hat sich erledigt. Jetzt geht nur noch diese Tür da. Was will ich tun? Ich habe keine Wahl. Ist geradeaus ein Fenster oder so, dass es gleich wieder knallt? Ich liebe es. Komm mal, werk! Läuft. Tür? Die will nicht, ne? Das wäre ja auch zu schön. Was ist da? Was rot ist. Da steht was um die... Ist nichts Besonderes, oder? Nö, nö. Was ist das? Das ist keine Whiskybar. Das ist... Das war... Also ist mit dem Spiegel dran oder sowas. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Hä? Hallo? Ich bin auch da. Na? Ach, guck mal. Wo sind wir denn? Alles klar, ja. 30 Mal jetzt durch das Haus latschen. Sollen wir nochmal hochgehen? Geht gar nicht. Das ist schon mal gut. Also sobald die Möglichkeiten... Was man tun könnte, dezimiert werden. Bleibt einem ja eh nicht mehr viel übrig. What is that? Eine Batterie. Okay. Vielleicht ist hier irgendwo ein Feuermelder. Muss man die einsetzen. Ist wichtig, dass der funktioniert. Es könnte ja sein, dass mal brennt. Hm? Wollen wir ja nicht, dass das hier alles abbrennt, oder? Das wollen wir nicht. Nein. Das sieht... Das sieht in der Tat so aus, als müsste ich da hin. Deswegen gehe ich da jetzt explizit mal nicht hin. Hehe. Oh. Loch in der Wand. Und... Aber Wasserleitung scheint gut zu sein, ne? Das läuft. Also alles ist am Arsch, aber Wasserleitung gut. Und sie da draußen? Kann ich ihnen helfen? Ne. Alles klar. Ich gehe hier mal durch. Weil ich es kann. Das ergibt bestimmt auch Sinn. Denn jene Tür... Die ja so mehr als eindeutig markiert ist. Oh. Als ob ich da durchlaufen müsste. Die kann ich mir ja immer noch später vornehmen. Diese T... Äh... Diese Möbel schweben nicht wirklich. Diese Möbel wurden da aufgehangen. Okay. Ich habe eine Vermutung. Beziehungsweise ich weiß, was es zu tun ist. Es ist ja nur so... Ach, jetzt ist die Tür auf. Ohne dass ich das Video gestoppt habe an der Stelle. Das ist jetzt wahrscheinlich so Richtung Schluss auch relativ egal. Da ging es nochmal in den Keller. Spiel will nicht, dass wir da hingehen. Spiel will, dass wir jetzt da hingehen. Hallo. Peter. 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 Oh, und wieder was anderes. Peter und was anderes. Klingt sogar, als wäre es der Wolf. Gleich gibt es wieder Jumpscare. Bin ich überzeugt. Hm? Oh. Das sieht aber eigentlich ganz gemütlich aus. Das ist alles nur in meinem Kopf. Oh. Schade. Wollte ich es mir eigentlich... ...gemütlich machen. Hehehe. Okay, ja, ja. Jetzt bricht gleich das ganze Haus zusammen. Wir haben es ja auf dem Video schon gesehen. Die herabhängenden Stühle und so. Ja, also das war nichts Paranormales. Ja, die wurden da aufgehangen an der Decke. Ja, also keiner kann mir hier irgendwie erzählen, dass das was Paranormales ist. Es ist alles ganz normal. Es ist alles so, wie es sein muss. Und schlimmer. Hey there, you must be Ellis. I'm Sheriff Landing, but you can call me in it. Ja, Sheriff? Können Sie mir helfen? Oho. Wenn ich zurückgehe, wird das wieder kaputt? Nö. Aber gut, mal getestet zu haben. Das ist ein neuer Start für dich, Ellis. Aber sowas von. Ein Dokument. Let's read it. Es verleiht dir Kraft. Es gewährt dir die Chance, Leben in deinen Händen zu halten. Berührst du die Zweige, dann gehst du mit deinen Fingern durch ihre Knochen. Drückst du sie nach unten. Drückst du sie nach unten, brichst du ihre Wirbelsäule. Sie beobachten dich dabei. Hebst du sie einmal auf, wird sie dir niemals erlauben, sie wieder abzulegen. Und ihr flüstern wir mit jedem Ballen deiner Faust süßer. Also das spricht jetzt natürlich dafür, dass man in diesem Spiel nicht mal die erste Figur aus Zweigen hätte in die Hand nehmen sollen. So wie es mir ja von den netten Kollegen im ersten Stream auch gesagt wurde. Also in dem Moment ist eigentlich schon, wenn man das erste Ding kaputt macht, dann ist man eigentlich schon in ihrem Bann. So verstehe ich das jetzt mal. Dumm gelaufen. Das mit der Tapete ist auch dumm gelaufen. Den Architekten hat man vielleicht aber auch irgendwie zerbrochen. Also nicht Architekt, hier Innenausstatter. Ja, ja, genau. Der Architekt, der hat seine Sache gut gemacht, weil dieses Haus baut sich selbst wieder auf. Hallo. Völlig intakte Tür, mhm. Das gefällt mir. Okay, die hat, ah, okay, die geht gar nicht auf. Also ich glaube jetzt viel Auswahl habe ich jetzt hier auch nicht mehr, ne? Es wird auch gar nicht angezeigt, dass ich die Tür irgendwie öffnen könnte, sonst wäre da ja ein Symbol dran. Guck hoch. Nee. Wo bin ich jetzt? Was? 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 Nee, ich will eigentlich kein Video. Wo bin ich denn hier? Achso, hi. Oh, hab ich glaube ich schon getan, ne? Oh, ist alles wunderschön hier. Ein Zimmerchen hier. Hallo. Ach, du Heilige. Komm hier. Komm zu mir. Wo bist du denn? Okay, also auch in dieses Zimmer hätte ich jetzt nicht reingehen müssen, ne? Ich hätte auch weiterlaufen können, ne? Aber das... Woher soll ich wissen, was hier die guten und schlechten Entscheidungen sind? Wie gesagt, ich habe ja jetzt eh... ...leider... ...zu einem maximal großen... ...no happy ending. Ja. Dat wusste ich bereits, dass das nicht schön wird hier, ne? You are... ...du gehörst zu ihr. Ja. Hm? Hm? Hallo? Jess. Es ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich werde dich nicht mit... Ich werde dich nicht mit runterziehen. Ich werde dich nicht mit... Jess schreibt mir, sie wird mich nicht mit runterziehen. Also ihn. Frage ist, wer zieht hier wen runter, ne? Was haben wir denn da? Gib mal her. Geldbeutel. Wie sehen wir eigentlich aus? Als ob wir wochenlang im Wald gewesen wären. Ja. Also war er ein Geldbeutel? Ich weiß nicht, wer ist ein Geldbeutel. Aber jetzt... Also ich kann mir den versuchen, nochmal anzugucken. Ledergeldbörse. Ist die eigene. Ich kann aber auch leider nichts mehr bewegen. Früher konnte man die Sachen in der Hand noch hin und her drehen. Jetzt geht das nicht mehr. Oder zumindest nicht bei allen Sachen. Sei es drum. So. Da liegt jetzt noch irgendwas auf dem Tisch. Das ist, glaube ich, eine Ratte oder sowas. Eine Tote, genau. Also so ein kleines bisschen wie das Haus der Bakers hier in Resident Evil 7. Jetzt liegen hier auf einmal tote Tiere rum. Fliegen. Ja. Wo? Was steht da? Though I don't love you anymore. Ich liebe dich nicht mehr. Ich habe auch schon wieder einen Knurren gehört. Irgendwo so ein Viech. Was steht hier? Nichts. Das ist jetzt einfach nur an die Wand geschmiert hier. Okay. Hier passiert bestimmt was. Hallo? Ne. Aber wenn man es ahnt, ne? Dann ist nichts. Oder wenn man es versucht irgendwie zu ahnen. So. Tür. Puh. Das sah von außen ziemlich klein aus, das Haus eigentlich, ne? Was? Da läuft jemand weg. Hey. Ja. Und hier lang? Jetzt wird es aber, jetzt wird es aber interessant. Tür geht auf. Diese Tür nicht. Was soll ich tun? Da war aber auch so ein rotes Wesen, ne? Äh. Wo ist denn die Tür? Hier. Da ist jemand weggelaufen. Da war auch so ein rotes Wesen. Also, wie viele Jahre hat es dann? Vier. Kann hier nicht raus. Was ist das für Festbeleuchtung da draußen, sagen wir? Was ist das für Festbeleuchtung? Als ob sie flutlich dahingestellt hätten. Kava mag es ruhig. Wie mir überlassen, ne? Ne? Mach ich nicht. Eigentlich ist ja eh schon wurscht, ne? Aber ich will nicht. Ihr habt genug kaputt gemacht hier. Hab genug Scheiße gebaut in dem Spiel. Alles kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht. Das Licht. Hat jemand mich hören? Das Licht. Schau die Lichter. Was? Die Kopfschmerzen. Schau sie auf. Oh, das ist cool. Und wir haben dir ja eins selber angemacht. Eins klingt so, als wäre es ewig lang her, aber... Und es wurde uns auch gesagt. Aber wir haben es uns selber gesagt. Ja, das ist jetzt natürlich nur für die Akten. Sheriff? Oh, hi. Sheriff. Was tun sie denn da? Warum tue ich das? Ich will das gar... Äh. Ach, wollte ich doch gar nicht. Ich wusste ja, dass ich den jetzt umlege. Dann hätte ich das doch nicht gemacht. Jetzt einen Moment. Ist ja... Ich frage jetzt, hätte ich jetzt überhaupt... nichts machen können? Ich muss ja irgendwas machen. Ich muss ja eine Aktion vollführen. Okay. Du bist ein guter Mann, Alice. Nee, bist du ein guter Mann, Alice? Ist eine Frage. Ich fürchte, das hat sich erledigt mit gut. Ja. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Nicht hinsehen? Wo willst du denn nicht hinsehen? Wir können ja auch einfach wieder gehen. Können wir natürlich nicht, ne? Nee, können wir natürlich nicht. Ist klar. Ja, wir werden hinsehen müssen, oder? Kannst ja nicht ändern. Licht weckt ihn auf. Ich kann die Kamera jetzt aber auch... Doch, ich kann die Kamera... weglegen. Notiz, das Licht. Sonnenfassung. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. The Light. Kanal 03. Sage, das Licht. Das Licht. Äh, nee. Also. Licht weckt ihn auf. Ich sehe halt nur ohne Licht, aber auch nichts, ne? Das ist das Problem so ein bisschen. Also, hier komm ich her. Da geh ich hin. Sieh. Nicht hin. Licht weckt ihn auf. Ich muss mich daran vorbeischauen. Herr, wie denn nun? Ich... Nur nicht nach oben leuchten, vielleicht. nicht. Hier sind wieder Spuren am Boden. Ach, je. Hier geht's runter. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt noch irgendwie dafür ins Zeug lege, hier noch irgendwie wegzukommen, weil es wird ja definitiv kein gutes Ende. Und ich werde wahrscheinlich sterben. Und wahrscheinlich erschieße ich mich sogar selbst. Was? Ich bin gerade, glaube ich, wieder auf dem Weg in den Keller. Ich weiß nur nicht, ob das richtig ist. Die Tür geht mal auf. Auf dem Boden sind allerdings kein... Ach, da sind jetzt wieder Spuren. Okay. Jetzt sind da aber auch Blutspuren. Ich könnte jetzt in die Richtung gehen. Muss aber nicht. Es ist auf jeden Fall noch hier, dieses Ding. Alles klar. Es wird definitiv kein gutes Ende geben. Da ist ein Teddybär. Und wo Teddybären sind, ist kein gutes Ende. Also gut. Ist es da? Es ist aber egal, was ich tue, glaube ich. Ich muss dem Ding irgendwann... ...in die Finger laufen. Ja, okay. Jetzt sind hier keine Spuren mehr plötzlich am Boden. Wo ist es lang? Doch, hier lang. Okay, ich gehe weiter. We got a robbery in progress. Convenience store near Perkinsville road. Those kids again? Yeah, probably. Wuss, zur Hölle. Füßchen. Ihr wollt mich doch verarschen. Kinder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020